Ich möchte dir heute einen besonderen Satz mitgeben. Und zwar einen Satz, der sehr ernst ist. Der Satz heißt, alles, was du tust, ist endgültig. Alles, was du tust, ist endgültig. Weißt du, wir leben häufig so vor uns hin, als ob wir mal so auf Probe leben würden. So auf Versuch. Wir machen jetzt mal eine Probe und das wahre Leben kommt irgendwann. Wir leben so, als ob das wahre Leben irgendwann kommen würde, in Jahren, die noch vor uns liegen. Und wir merken gar nicht, wie unser Leben so dahin fließt und uns unter den Händen zerrinnt. Du musst dir bewusst sein, das, was du jetzt tust, was du heute tust, wie du heute lebst, es ist endgültig. Und es hat Konsequenzen. Es hat auch Konsequenzen für dein ewiges Leben. Es hat Konsequenzen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Dein wahres Leben, dein eigentliches Leben ist jetzt, ist heute, nicht irgendwann einmal. Sei nicht so naiv, dass du denkst, mein Leben kommt irgendwann und ich lebe heute einfach mal so unverbindlich vor mich hin. Das, was du heute lebst, ist endgültig, hat endgültigen Charakter. Dieser Tag kehrt nie wieder. Diese Woche, dieses Jahr, es kehrt nie wieder. Wenn du es vergeudest, ist es vergeudet und es ist sogar für alle Ewigkeit vergeudet. Ich lade dich ein, dass du dir wirklich bewusst machst, ich lebe heute gemäß dem Wort Gottes. Ich hebe heute im Bewusstsein, dass dieser Tag in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Ich lebe heute in dem Bewusstsein, das, was ich heute tue, ist endgültig. Dieser Tag ist ein Geschenk Gottes, ein einmaliges, nie wiederkehrendes Geschenk, das ich ernst nehme und das ich nutzen will. Denk über diesen Satz nach. Das, was du tust, ist endgültig. Und ich hoffe und wünsche und bete, dass dein Leben so wird, dass du das mit Freuden sagen kannst. Und dass du sagen kannst, ja, das, was ich tue und was in meinem Leben geschieht, ist etwas, was wirklich Reich Gottes baut, was dem Herrn Ehre gibt und wo ich weiterkomme auf dem Weg, den der Herr für mich hat. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von Herzen. Denn ich bin sicher, Gott hat mehr für dich.